moin leute was geht willkommen zu einem neuen video ja zum titel gelesen dreht sich um die mods in arc survival extended und diesmal bekommen wir ja alle mods also alle die survival extended kaufen können also xbox series sx ps5 pc die bekommen alle mods so und das ist ja ein der eins der großen mysterien für mich noch ich meine es gibt viele viele dinge die noch ungeklärt sind wir reden zum beispiel von zu welchem content stand startet asa werden eventuell dinos auf andere karten ausbohren weil warum sollte eigentlich hier maving zum beispiel nicht auf der island spawnen dürfen müssen wir warten bis die des modus kommt bis ende 24 wenn für du kommt es sind so viele viele fragen die ich noch die noch offen sind bei mir zumindest könnt ihr mal die kommentare stellen welche fragen ihr noch zuerst sendet habt vielleicht können wir dazu noch ein video machen aber heute möchte ich mal über die mods reden und wie ihr das thema so seht wie ich das thema so sehe weil wir wissen ja es wird premium mods geben das wurde ja uns angekündigt dass es mods geben wird die premium sind und der unterschied wird eventuell das bezahlen sein die frage ist dass wie das ganze abläuft weil wir wissen dass hier war der damalige community crunch 355 der ist aus dem märz da haben sie über die mods zum beispiel gesprochen klar ich meine bei wildcard endet sich gefühlt im monatstag das gamekonzept nein aber hier wurde auf jeden fall gesprochen dass ja die mods im endeffekt komplett mit overwolf laufen wenn wir auf overwolf gehen kennen wahrscheinlich einige leute vom pc hier gibt es ja zum beispiel auch mods hier kann man auch weitere mods einreichen hier zum beispiel publisher mod und wenn wir hier auf können wir mal gucken wenn wir auf publisher mod gehen ich habe es noch nie drauf geklickt ihr könnt ihr zum beispiel wahrscheinlich die games auswählen nehmen wir jetzt hier keine ahnung wo w zum beispiel dann kann man wahrscheinlich irgendwie mods veröffentlichen okay gut auf jeden fall wir kennen es ja von einigen spielen wie gesagt hier minecraft kann man die mods runterladen man kann hier von wo w von sims es gibt hier so viele spiele die auch über overwolf im endeffekt mitlaufen ja gibt hier ein paar da kann man im endeffekt eigentlich auf das game gehen dann sagt man okay man will jetzt hier die mod haben und schuckt hier auf install also das ist relativ entspannt ja muss man wirklich sagen ich weiß nicht wie es mit premium mods abläuft weil ich habe ehrlich gesagt bei bei ihnen durchs bisschen hier rumschauen im endeffekt nicht gesehen dass es irgendwie die möglichkeit gibt über overwolf im endeffekt also besser als curse bezahlbare mods zu haben habe ich ehrlich gesagt nichts hier gefunden dass bei irgendeinem game hier irgendwelche mods dabei sind ah no project da guck mal gibt es keinen für suns of the forest habe ich nichts dazu gefunden weil aktuell ist ja auf dem pc ist aktuell so derzeit laufen die über steam das läuft dann sieht dann hier so aus dann geht man hier auf workshop dann habt ihr hier zum beispiel neue mods dazu kommen beide die wochen mal ein video zu belgore dann klickt ihr hier zum beispiel auf rhino everywhere und guckt euch die mod ein bisschen an seht ihr ein paar bilder und drückt abonnieren und zack ladet die mod runter das ist ganz einfach hier ist im endeffekt mit dem runterladen rein theoretisch ähnlich so jetzt ist die frage was werden dann bezahlbare also was werden premium mods weil davon wurde im endeffekt gesprochen dass wir hier premium mods haben wo 50 prozent des preises an den mod autor gehen das heißt also die kosten auf jeden fall geld jetzt für mich die frage was werden dann premium mods so welche mods werden die werden die geld kosten weil ich kann mir nicht vorstellen dass zum beispiel eine nehmen wir es jetzt mal als beispiel eine kleine mod wie jetzt hier alpha stack die einfach nur die stack größen von items erhöht hier zum beispiel kibbel größere stack größen dass sie dafür geld verlangen ich meine das ist eine mod ich meine ich will jetzt nicht den modder damit jetzt irgendwie schlecht machen aber wahrscheinlich hat ein modder der zum beispiel eine ganze karte macht wir kennen hier beispielsweise eine karte das kann jeder fall wahrscheinlich von euch der swatalfheim gemacht hat aber auch viele viele andere für duo valguero natürlich auch aber auch viele andere modder draußen ja hier ist der caveman zum beispiel mit der der island überarbeitung natürlich sind diese mods wahrscheinlich wesentlich mehr aufwand gewesen also wenn ich hatte mit der caveman damals mal gequatscht der wie gesagt diese der island mod gemacht hat da hat er täglich daran gesetzt an dieser mod zu arbeiten da sind da sind stunden von arbeit reingegangen wochen irgendwo finde ich es auch ganz gut dass vielleicht solche mods eventuell in premium reinfallen weil der modder da steckt ja private zeit rein dass wir davon was haben so wenn die mod den einigermaßen günstigen preis hat finde ich es auch vollkommen ordnung den modder zu unterstützen gut dass der wildcard 50 prozent für bekommt das ist eine andere sache aber das ist so wenn wenig hier auf youtube eine kanalmitgliedschaft da lasst bekommt youtube auch 50 prozent das problem ist halt was ich halt sehe ist wie wird das mit servern ablaufen weil gehen wir jetzt mal von aus szenario ja ihr seid serverbetreiber und ihr wollt jetzt nehmen wir auch alle fiktive beispiele gerade nur swatalfheim wäre eine mod die premium wäre und auch ein paar andere mods die größer sind gerade vielleicht so die beliebten großen mods so reden davon 45 mods und ihr habt so 15 mods auf dem server und zehn mods sind normale mods so aber die fünf premium mods und das wäre jetzt günstig gerechnet kosten zusammen zehn euro also jede mod nen zwei euro ich sage ich das wäre schon günstig so aber wie mache ich das denn jetzt sage ich als spieler also dieser cluster der sieht ganz interessant aus ich würde da mal gerne drauf spielen oh aber ich habe die fünf mods nicht muss ich jetzt zehn euro ausgeben um darauf zu spielen und dann gefällt der server mir nicht und ich gehe auf den nächsten server und der hat dann aber zwei andere mods und dann muss ich dann wieder vier euro ausgeben weil ich die auch nicht habe wie läuft denn das ab ist das ist so ein ganz ganz großes fragezeichen was ich habe und ich meine ich finde es ja schön dass wildcard uns wöchentlich im endeffekt hier neue news bringt wie zum beispiel der gigantoraptor oder halt auch wie werkzeuge aussehen wie das haus aussieht wie schlafsäcke aussehen aber ich finde für mich persönlich und ich rede jetzt von meiner persönlichen meinung ist ich würde lieber bevor sie mir ein bild posten infos bekommen wie läuft etwas ab wie laufen denn die mods ab wie weil sie müssen ja jetzt schon wissen wie das konzept sein wird also ich kann mir nicht vorstellen dass die jetzt gerade nicht wissen wie mods ablaufen werden sagt uns doch einfach sagt uns ah wir planen so dass größere mods keine ahnung in fünfer kosten die beispielsweise karte sind weil wir da viel arbeit reinstecken müssen oder die modder viel arbeit reinstecken müssen kleinere mods sind umsonst vielleicht die nur mods kosten vielleicht ein euro die ein größer sind auch das andere thema aus welchem content stand wird arg sein gibt es neue inhalte das wissen wir jetzt auch nicht wir wissen nur dass in diesem damaligen post den ich jetzt hier habe drinnen stand dass sie im endeffekt so sachen planen wie wo haben wir es denn hier drin hier war falsch cross plattform modding the fittest hier kleinere tech teleporter bessere snap points display cases ja also sachen zum ausstellen aber das war's halt gibt es generell neuen content ist vielleicht ein dungeon anders weil die sich gedacht haben wir wollen den falle ich anders da sein gibt es vielleicht neuen bosskampf man wäre möglich warum denn nicht man wir port uns eh nur die arena können auch neuen bosskampf hinzufügen sind die bosskämpfe anders haben sie vielleicht irgendwelche taktiken wissen ich meine das sind so viele dinge dino spawns wo ich mir denke warum bekommen wir darüber denn keine information warum nicht das würde mich viel mehr interessieren weil dann wüsste man zumindest auf was man sich ein ist aktuell mal ganz ehrlich wo wir reden jetzt von juli und in spätestens drei monaten soll arg rauskommen eigentlich wäre es jetzt eigentlich fast schon draußen weil es sollte im august rauskommen ursprünglich und wir wissen eigentlich gar nichts wir haben wir haben kein ingame bild gesehen wir wissen nicht was neues wir wissen nicht wie die ganzen funktionen ablaufen die sie uns gezeigt haben wir wissen zoweit laufen baby baby dinos rum aber warum laufen baby dinos rum gibt es neues taming system so eigentlich wenn man es wirklich ganz 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 doof nimmt wissen wir nur dass das das logo ist weil jetzt mal ganz ehrlich ein bild aus photoshop wo die uns baum zeigen also ich meine es ist kein photoshop bild da wisst du was ich meine das ist halt ein bild wird der baum ingame so aussehen keine ahnung ich meine das ist halt so ein bisschen die frage und das ist halt das problem und das da sind wir bei dem thema halt wie gesagt bei dem thema mods weil ich finde das ist eine wichtige sache weil das sehr entscheidend sein kann wie vielleicht server strukturen ablaufen weil ich habe ein bisschen das bedenken dass das so abläuft wie es gerade eben gesagt habe und das halt weil ich habe jetzt andere vorstelle schon von leuten gehört die gesagt haben ja wahrscheinlich wird so sein dass nur die server die mods bezahlen müssen aber wie ist es dann bei den normalen spielern also die im lokalen modus spielen wenn ihr ist dann so das wäre ich kann also ich kann mir nicht vorstellen wir nehmen wie gesagt mal das swatalfheim beispiel das swatalfheim auf einem server fünf euro kostet oder zwei euro kostet und im lokalen modus umsonst ist so hä so also heißt es um online zu spielen müsste ich es kaufen aber um offline zu spielen nicht das kann ich mir auch nicht vorstellen ich kann mir schon vorstellen dass wir alle wenn wir diese mod haben wollen dafür zahlen müssen und das ist ein problem was ich sehe dazu kommen wir jetzt wie läuft das ab auf dem pc ist es zum beispiel nehmen wir jetzt mal eine sehr sehr schöne mod die letzten tagen und letzten wochen entwickelt wird celos ja eine karte die ist wunderschön da kommt die tage nochmal ein video zu so die karte kam raus am 21 mai dieses jahr so und wie sie kriegt kontinuierlich updates und in diesen updates werden wenn ihr das hier seht komplette zonen hinzugefügt es gibt komplett neue gegenden das heißt wer vielleicht mein celos video gesehen hat da habe ich mal ein video zu gemacht das war ganz ganz am anfang der ersten woche weiß dass von ich sag jetzt mal 90 pro 100 prozent karte waren am anfang vielleicht 30 prozent spielbar was ja nicht schlimm ist weil auf dem pc aktuell bei steam ist ja so ist dass die dass die mod halt online geht und auch wie hier die schreiben ja dass sie auch leute suchen die zum beispiel auch die maps testen den helfen so gesehen auch fehler zu finden ja und das im endeffekt eine mob eine mob genau eine mod online geht und man sie halt spielt und halt die mod wächst so aber dann darf sie keine premium mod werden meines achtens weil ich finde ich bezahle keine zwei euro also ich meine zwei euro wie gesagt schon günstiger betrag ich kann mir eher vorstellen dass in heutigen welt eine mod und fünfer kostet oder vielleicht sogar ein bisschen teurer aber ich bezahle kein geld für eine mod die im endeffekt nicht fertig ist also als ich meine also dann müsste es zum beispiel kompromisse geben dass mods nur geld kosten wenn sie auch wirklich final sind weil eine unfertige mod wäre halt im endeffekt finde ich nicht dass man dafür dann schon geld ausgibt weil am ende wird die nie fertig es gibt auch mod sie werden ja nie fertig es gibt mod karten die sind seit 100 jahren gefühlt in der in der phase wo sie nicht fertig gestellt werden und da habe ich dann für bezahlt das wäre auch doof also ich meine ich finde es ist gar nicht so leicht also wenn sie bezahlbare mods machen dann finde ich muss der kompromiss sein sie muss fertig sein aber das wiederum ist auch bei anderen mods die frage wie läuft es dann zum beispiel bei sowas ab wie nehmen wir jetzt auch mal hier eine meiner lieblings mods paleo arc der kontinuierlich updates bringt jetzt kommt zum beispiel der giga hinzu der andrew kam irgendwann dazu der kano kam irgendwann dazu der agro kanto kam glaube ich auch irgendwann dazu ist die frage darf dann die mod erst eine premium mod werden wenn sie komplett fertig ist es sind so viele viele dinge wo ich mir denke so hmm ich sag mal so ich tue ich mal mein wohnszenario sagen ihr könnt mir gerne mal eures die kommentarischen falls ihr es nicht schon gemacht habt ich würde mir wünschen dass alle kleinen mods kostenlos sind außer wenn vielleicht der modder selber entscheiden darf okay die mod ist zu 100 prozent fertig nehmen wir jetzt mal zum beispiel hunter traps ist eine mod die finde ich auch ganz lustig weil die tut euch im endeffekt fertige fallen hinstellen was das bauen von irgendwelchen fallen der welt in der wildbahn umso um also unnötig macht und man nicht irgendwelche pfeile in der wildbahn entstehen lässt die mod ist relativ klein sie hat ein paar käfige wenn der modder sagt jo ich bin mit der mod 100 prozent zufrieden ich bin fertig 50 cent so ist eine ganz kleine mod die kostet 50 cent jetzt werden wahrscheinlich sagen manche sagen ja aber 50 cent ist doch ein bisschen wenig shario naja nehmen wir jetzt mal an ich weiß nicht ob man das hier im store sehen kann ich glaube man sieht das hier glaube ich nicht ähm hier 8600 leute haben diese mod abonniert so jetzt rechnet mal jeder dieser abonnenten dieser mod würde für diese karte also für diese mod 50 cent ausgeben ja das wären über 4000 euro der mod er hätte im endeffekt dann mit 2k verdient wenn er 50 prozent davon bekommt das wäre doch vollkommen in ordnung also das wäre sogar mehr als auch so da könnte man die mod sogar noch ein bisschen günstiger machen so und bei so großen mods die so richtig richtig groß sind nehmen wir jetzt mal als beispiel wo wir mal beispiel zwartalfheim oh gott wie schreibt man zwartalfheim zwartalfheim ne scheiße eben über nekatos da finden wir nimmer so hier ist zwartalfheim zum beispiel bei der mod haben wir 57.000 abonnenten so die mod hat aber auch sehr extrem viel arbeit gekostet ja die würde ich ein bisschen teurer machen nehmen wir mal als beispiel an die mod würde jetzt zwei euro kosten ich meine das wäre wie gesagt heutzutage wahrscheinlich kein betrag den die mod kriegt aber auch da wenn die mod zwei euro kostet würde nekatos im endeffekt davon einen euro bekommen ja die hälfte das wären wenn jeder dieser 57.000 leute diese mod gekauft wäre wenn das 57.000 euro dollar das wäre schon das wäre schon viel also ich weiß nicht was eine kartenentwicklung kostet man das könnte immer schreiben ich will jetzt nicht sagen dass das keine 57.000 euro wert wäre ich weiß nicht wie viel zeit man da reingesteckt hat also nekatos wenn du das siehst tut mir leid wenn das irgendwie doof klang also wenn wie gesagt ich gehe mal stark von aus dass das super viel zeit kostet und ich finde auch dass die modder es verdient haben wenn es eine fertige mod ist die funktioniert und die geil ist gut geil ist immer eine auslegungssache der der ansicht zwar teilweise zum beispiel einer der besten karten von kommt vom konzept her die ich mitgespielt habe muss ich ehrlich gestehen save da würde ich auch zwei euro für ausgeben von mir ist auch fünf euro wenn es sein muss ich muss mir nicht alle mods kaufen aber wissen was ich meine also das wäre mein vorschlag wäre ist ne mod nicht fertig macht sie kostenlos dann können die leute sie spielen und wenn sie irgendwann naja wohl ist auch wieder kacke wenn sie erst kostenlos ist und später wenn sie fertig ist geld kostet wie läuft das dann ab kannst du einmal den server nicht mehr beitreten weil die mod die auf dem server ist dann ist auch kacke wie würde man das machen schreibt mal eure meinung in die kommentare ist echt schwer also ich finde dass eine fertige mod es verdient hat einen kleinen betrag zu bekommen wenn der modder es möchte das ist die andere sache der modder kann wahrscheinlich auch selber entscheiden ich hoffe zumindest dafür geld zu lagen schreibt mal eure meinung in die kommentare ist ein schweres thema das video wird sonst zu lang leute wir sind fast schon über 20 minuten oh gott glaube ich bei 16 oder so ich sage trotzdem vielen vielen dank schreibt mal eure meinung in die kommentare euch schon einen schönen tag wir sehen uns bis zum nächsten mal teilt das video gerne mal gespannt was ihr schreibt hatet euch nicht habt euch alle lieb ihr wisst leute es gibt schlimmeres auf der welt also schönen tag noch wir sehen uns bis zum nächsten mal und ciao